Bild-User kennen ihn als Felix Magath, Kaiser Franz Beckenbauer oder Superbowlen. Jetzt legt Kultkomiker Matze Knob noch eine Schippe drauf und überrascht uns im Rahmen der Sat.1-Übertragung der Champions League mit neuen Interpretationen von Cristiano Ronaldo, Raoul und Mesut Özil. Eine königliche Comedy, die uns während der Champions League noch häufiger den TV-Abend versüßen wird. Lionel Messi, ein kleiner Mann, ein wenig Dribble-Flo, Real Madrid mit Özil, Özil 360-Grad-Auge, Pupille wie ein Panorama-Fenster. Sehr gut! Natürlich, ich bin Mesut Özil, ich bin ein anderer Spielertyp wie Ronaldo, der sehr viel erreicht hat in seinem Leben. Moment! Cosmetica de Clásico, Trico de Barcelona. No. Und wenn wir den Pokal dann holen, dann bin ich sehr froh, dass das doch noch geklappt hat. Und dann lässt der Ramos den wieder unter dem Bus fallen. Ausch! Tut weh! Cristiano Ronaldo, Superstar! Atencion! Ok! Moment, liege schlech! So, so, bescher! Xavi, Barcelona, no good. So gefährlich wie Schmetterlingwurst, wie Tüte Popcorn. No Fiesta, para Andres Iniesta! Aua! Superstar! Atencion! So tiefs 돈 sollt. Na Mit enferurenrägen istacional nicht nach mehr. raised unter dem Koolnant, inn indigenous ударung. Nur schon Quartier Brotier Pro zac Caveatmesi offensichtlich gelugu. ύ! Na mit trüde ein Herz in Angst um Il ist in der Kooling tale, mirllene Musik klebe kas fan Koolang Cent richtig. Vielen Dank.